Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Nico Rittenau und wir sprechen heute über die optimale Vitamin B2-Versorgung in einer veganen Ernährung. Warum tun wir das? Vitamin B2 wird von einigen Fachgesellschaften wie der Deutschen Gesellschaft für Ernährung als tendenziell kritischer Mikronährstoff in einer rein pflanzlichen Ernährung angesehen und deswegen gucken wir uns an, ist denn das wirklich korrekt, kann Vitamin B2 kritisch werden, wo kommt es vor und was gibt es allgemein zum Thema Vitamin B2 zu beachten? Allgemein gesagt, Vitamin B2 wird in der Fachsprache auch als Riboflavin bezeichnet. Das kommt daher, weil Flavus das lateinische Wort für blond ist und Vitamin B2-Riboflavin ein färbender Stoff ist, der neben Beta-Carotin in der Lebensmittelindustrie auch als Farbstoff verwendet wird. Alles was Lebensmittel färbt, färbt natürlich, wenn wir es aufnehmen, auch den Uringelb, deswegen können hohe Dosen an Vitamin B2 gerade in Supplements auch unseren Uringelb färben, was allerdings völlig ungefährlich ist und nur ein Zeichen ist, dass es zumindest im Dünndarm gut resorbiert und dann über den Urin ausgeschieden wurde. Vitamin B2 ist im Gegensatz zu anderen B-Vitaminen wie dem Folat allerdings hitzebeständig und kann aus gekochten Lebensmitteln sogar zum Teil besser aufgenommen werden wie aus rohen Lebensmitteln. Auf der anderen Seite ist es aber lichtempfindlich und deswegen sollten vor allem Trockenprodukte wie B2-reiche Hefeflocken gut verschlossen und vor Licht geschützt gelagert werden, um eben auch über längere Zeit hinweg ihren B2-Gehalt zu schützen. Auf der anderen Seite ist Vitamin B2 wie viele andere B-Vitamine wasserlöslich und deswegen, wenn wir Lebensmittel kochen in Wasser, dann kann es sein, dass ein durchaus beträchtlicher Teil des Vitamin B2 sich aus dem Lebensmittel in das Kochwasser löst. So heißen, wenn wir eine Suppe kochen und ähnliches, dann völlig egal, weil wir das Wasser ja weiterverwenden. Wenn wir das Kochwasser aber abgießen, dann können wir zum Teil durchaus doppelt so hohe Vitamin B2-Verluste erzielen, als wenn wir das Lebensmittel einfach gedämpft hätten oder eben das Wasser weiterverwenden. Von daher die Empfehlung, all diese Lebensmittel so zuzubereiten, dass entweder kein direkter Wasserkontakt stattfindet oder man das Kochwasser dann noch weiterverwendet. Vitamin B2 ist im Gegensatz zu anderen B-Vitaminen wie dem B12, dem Cobalamin, allerdings nicht so gut speicherbar und deswegen ist es relevant, dass wir auf eine kontinuierliche Zufuhr achten. Das führt uns zu den Aufgaben und dem Bedarf an Vitamin B2. Vitamin B2, genauso wie andere B-Vitamine, ist am gesamten Kohlenhydrat-, Fett- und Eiweißstoffwechsel beteiligt. Von daher, damit diese Prozesse optimal funktionieren, muss unter anderem auch die B2-Versorgung sichergestellt werden. Außerdem wissen wir, dass B2 wichtig für die Bildung der roten Blutkörperchen, der Erythrozyten ist, wichtig für die Gesunderhaltung von Haut, Haaren und Nägeln, aber erneut all diese drei Strukturen sind auch von anderen Nährstoffen abhängig. Die offiziellen Vitamin B2-Zufuhrempfehlungen sind abhängig von Alter und Geschlecht, wobei bis zum siebten Lebensjahr nicht zwischen den beiden Geschlechtern unterschieden wird. Mit fortschreitendem Alter natürlich steigt auch die Zufuhrempfehlung für Vitamin B2 und die hat das erste Plateau so mit der Volljährigkeit und sinkt ab dann wieder kontinuierlich ab in der nächsten Folge Jahren und Jahrzehnten. In der Schwangerschaft wird eine höhere B2-Zufuhrempfehlung ausgesprochen, um auch die Versorgung des Heranwachsens Kindes sicherzustellen, wobei im ersten Trimester noch keine höhere Zufuhrempfehlung ausgesprochen wird. Erst ab dem zweiten Trimester eine Empfehlung von 1,3 und dann sowohl im dritten Trimester der Schwangerschaft als auch in der Stillzeit eine Zufuhrempfehlung von 1,4 Milligramm B2 ausgesprochen wird. Das ist wichtig, vor allem in der Schwangerschaft den B2-Bedarf zu decken, denn nur wenn die Mutter optimal versorgt ist, gibt sie auch Vitamin B2-haltige Muttermilch, die dann in den ersten Lebensmonaten den Bedarf des Säuglings optimal decken kann. Nach dieser kleinen Allgemeineinführung kommen wir jetzt zur Kernfrage, kann man denn in einer rein veganen Ernährung den B2-Bedarf decken? Man muss sagen, insgesamt in einer klassischen westlichen Mischköstlingernährung ist Vitamin B2 kein kritischer Nährstoff und die Bevölkerung ist allgemein gut versorgt. Liegt vor allem daran, dass die häufig konsumierten Milchprodukte ein sehr guter B2-Lieferant sind. Auch das ist die Begründung, warum in vielen Studien durchaus Vegetarier noch besser als Mischköstler versorgt sind, denn oft tauschen sie Fisch und Fleisch durch Milchprodukte aus und bekommen somit noch höhere Mengen an Vitamin B2 über die Ernährung. Zurecht fragt dann aber die Deutsche Gesellschaft für Ernährung in ihrem Positionspapier, kann denn B2 ein kritischer Nährstoff sein in der veganen Ernährung, wenn Milch und Milchprodukte komplett weggelassen werden. Und wie unterschiedliche Untersuchungen zeigen, kann das durchaus der Fall sein. Die Rate an mit Vitamin B2 unterversorgten Menschen unterschied sich von Studie zu Studie. In manchen Untersuchungen wurden 17 Prozent der vegan lebenden Menschen als unterversorgt kategorisiert, in wieder anderen waren es sogar bis zu 30 Prozent. Das heißt, wir sehen, es gibt Schwankungen einfach aufgrund der individuellen Kostzusammenstellung, die einfach gut oder weniger gut sein kann. Dem gegenüber steht allerdings beispielsweise die Epic Oxford Study, die Probandengruppen an Vegetariern, Veganern, Pesketariern und Mischköstl untersuchte und unter allen vier Gruppen nur geringe Unterschiede in der B2-Zufuhr feststellen konnte. Und schlussfolgerte, dass alle vier Gruppen optimal mit B2 versorgt waren. Und was sind dann die allerbesten pflanzlichen B2-Lieferanten? Das Kompetenzzentrum für Ernährung des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten schreibt zur Versorgung mit Vitamin B2 in der veganen Ernährung, dass Vitamin B2 durchaus in zahlreichen Lebensmitteln wie Pilzen, Hülsenfrüchten, Getreiden, Gemüse und einigen Obstsorten enthalten ist, sodass auch bei einer rein veganen Ernährung kein Mangel entstehen muss. Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, gibt es in der pflanzlichen Ernährung also einige exzellente Vitamin B2-Lieferanten. Ganz an der Spitze mit durchschnittlich 0,6 Milligramm pro 100 Gramm befinden sich Mandeln, die pro 100 Gramm die besten B2-Lieferanten sind. Wenn wir allerdings die Frage nach den besten Lieferanten pro Kalorie stellen, dann sind definitiv einige Pilze wie Champignons und Austernpilze ganz weit vorne, denn die haben zwar etwas weniger Vitamin B2 im Vergleich zu den Mandeln, aber wesentlich weniger Kalorien, sodass pro Kalorie sind sie die besten Lieferanten. Darüber hinaus einige Hefeflockensorten sind sehr reich an Vitamin B2 und so können zum Teil schon 10 Gramm Hefeflocken ein Drittel des Tagesbedarfs am B2 decken. Unter den Hülsenfrüchten ist allen voran die Sojabohne als bester B2-Lieferant zu nennen und zumindest einige konventionelle Pflanzenmilchsorten sind neben Vitamin B12 und Vitamin D auch mit Vitamin B2 angereichert, sodass sie ähnlich wie klassische Milchprodukte zur B2-Versorgung beitragen können. Die Problematik ist, dass laut der EU-Bio-Verordnung der Zusatz von Vitaminen in Bioprodukten untersagt ist, wodurch nur konventionelle Pflanzendrinks B2 liefern können in der großen Menge. Meine Empfehlung wäre aber, dass man zukünftig hier auch noch einmal darüber spricht, ob man nicht auch biologische pflanzliche Lebensmittel wie die Pflanzendrinks mit wichtigen Vitaminen wie B2, Vitamin D und B12 versetzt, um hier einfach über angerechte Lebensmittel eine optimale Zufuhr sicherzustellen. Um eine Relation zu schaffen, wie viele Lebensmittel man wirklich zuführen müsste, um den Bedarf einer weiblichen Person zu decken. Es würde schon reichen, wenn man 100 Gramm Champignons, 200 Milliliter mit B2 angereicherte Pflanzenmilch, sowie 10 Gramm Hefeflocken und 20 Gramm Mandeln zu sie nimmt. Alleine das würde den B2-Bedarf schon decken. Wenn man davon ausgeht, dass ja auch alle anderen pflanzlichen Lebensmittel mehr oder weniger große Mengen an B2 mitbringen, ist klar abzusehen, dass man eigentlich gar nicht so viel zuführen müsste, denn in Summe werden alle pflanzlichen Lebensmittel über den Tag verteilt den B2-Bedarf decken können, mit natürlich einem Fokus auf ein paar von den besonders B2-reichen Lebensmitteln. Wichtig an dieser Stelle zu erwähnen ist, dass durch Zubereitungen wie das Keimen der B2-Gehalt von gewissen Lebensmitteln wie Getreiden oder auch Hülsenfrüchten stark erhöht werden kann und diese Lebensmittel so auch zu guten B2-Lieferanten werden. Der Vollständigkeit halber sollte man aber an der Stelle noch erwähnen, dass in der wissenschaftlichen Literatur oft die tierischen Produkte als bessere B2-Quellen genannt werden, weil ihre Bio-Verfügbarkeit mit 70 bis 100 Prozent etwas höher ausfällt, als die 40 bis 70 Prozent der Pflanzen-Lebensmittel. Zum einen ist aber hier erneut der wichtige Kritikpunkt zu nennen, dass die Absorptionssteigerung, die bei einigen Nährstoffen über mittel- und langfristige Untersuchungszeiträume hinweg stattfindet, oft nicht abgebildet werden kann, wenn wir eben so kurzzeitige Untersuchungen haben, um die Bio-Verfügbarkeit zu messen und zum zweiten, selbst wenn die etwas geringer sein sollte, dann essen wir einfach etwas mehr von den ohnehin kalorienärmeren besten B2-Lieferanten und können damit eine optimale Bedarfsdeckung ebenso sicherstellen. Das Institute of Medicine erwähnt darüber hinaus, dass das Risiko einer Überversorgung mit Vitamin B2 relativ gering ist. Die Datenlage reicht zwar nicht aus, um ein sogenanntes Upper Level, also eine Höchstgrenze für die Dauerzufuhr festzulegen. In Bezug auf die Überversorgung mit Vitamin B2 sagt das Institute of Medicine, dass eine Überversorgung unwahrscheinlich ist. Als Wasser löstes Vitamin ist die Toxizität von Vitamin B2 sehr gering und selbst sehr hohe Zufuhmengen von bis zu 400 Milligramm pro Tag über mehrere Monate hinweg führten zu keinen negativen Effekten. Um das ins Verhältnis zu setzen, 400 Milligramm ist je nach Geschlecht das 250- bis 360-fache der offiziellen Zufuhrempfehlung und von daher sehen wir, dass wir durch leichte Überzufuhr von Lebensmitteln oder auch moderat dosierte Supplements keine Überversorgung mit B2 befürchten müssen. Die einzig beschriebene Nebenwirkung bei hohen Dosen an Vitamin B2 ist die Gelbfärbung des Urins aufgrund der färbenden Eigenschaften des Vitamin B2, was wie aber schon gesagt völlig ungefährlich ist. Das soll es zum Thema Vitamin B2 für den Moment auch schon gewesen sein. Ich hoffe, all die Fakten können dazu beitragen, dass man mehr Sicherheit für die eigene Ernährungsweise bekommt und natürlich auch die bestmöglichsten Ernährungsentscheidungen für seine Familie treffen kann. Wenn man mehr zum Thema pflanzliche Ernährung erfahren möchte, dann kann man sehr gerne Teil meiner viertägigen Ernährungsseminarreihe Mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden durch pflanzliche Ernährung in Berlin sein. Und wenn man noch mehr zum Thema Ernährung wissen möchte, dann freue ich mich sehr, wenn man meinen Kanal abonniert und die Benachrichtigungen aktiviert, um zukünftig kein neues Video mehr zu verpassen. Und mehr Infos in schriftlicher Form gibt das in meinem Buch Vegan Klischee Idee auf 450 Seiten Evidenz basiert. In diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und bis dahin wünsche ich alles Gute und beste Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.